Es ist wieder da, hier bei R&D zuhause Mann, wir müssen hier ganz viele Bananas einsammeln Bananas! Ihr wisst was ich meine Hier ist für Tiny, hier ist für Donkey Kongass Ich geh zuerst hier hoch und verklopp den Hessling Hey Klopper! Man sollte das ja eigentlich nicht sagen Nein, das ist eigentlich nicht möglich Deswegen, aber ich will zuerst Ich glaub das hier kann ich ja gleich dann alles zusammen machen Ist da eine Banane für ihn? Eine vereinzelte einsame Banane Nein, zwei Keine vereinzelte Banane Hier wäre gleich das für ihn Soll ich mich dran wagen? Aber nicht Jetzt darfst du Musik machen Schnell mal meine Ohren aufmachen Kurzschnell Oh, es quietscht so meine Ohren Schön Mal gucken, ob mein Gedächtnis doch noch zwei Sachen sich merken kann Gelb Blau Gelb Blau Gelb Gelb Blau Gelb Violett Blau Gelb Violett Gelb Blau Gelb Glüh Grün Oh Gott Gelb Jag habe ich schon wieder vergessen Blau Gelb, Violett, Grün, und Gelb, glaube ich, als letztes Mal. Gelb, Blau, Gelb, Violett, Grün, Gelb, Rot, okay, Gelb, Blau, Gelb, Violett, Grün, Gelb, kann ich mich noch erinnern? Rot, Rot, PAMS, Gebämmst, ihr Wixköppchen! Den Balloon nicht vergessen, dann ist es bei mir nicht wieder wie beim zweiten Part, im zwanzigsten Part, den ihr sicher auch gesehen habt und euch kaputt gelacht habt. Donkey, Donkey, Donkey! Der Donkey fährt nur noch eine Banane und die ist verbunden mit Donkey, weil wir ihn dafür brauchen, deswegen hol ich ihn mir jetzt auch. Aktiviere mal schnaufende Maschine. Meine Rohren sind wieder zu, was mir nicht gefällt. Der hier ist ja Donkey aufgekommen. Du meinst mir, würde ich sag's euch. Man, das ist mir ganz voll schlecht, ich weiß nicht wieso. Aber es macht trotzdem Spaß, aufzunehmen. Auch wenn mir übelst schlecht ist, gehen wir uns mal leicht. Ähm, ja, also... Also ja, also hier, die... Die Verkaufszahlen, ja, die gefallen mir, also gar nicht, nein. Nein. Okay, mal hebel ziehen, vielleicht passiert ja was. Mal die Produktion ein bisschen ankurbeln. Oh nein, es ist nur für hier. Okay, wir müssen die Produktion ankurbeln. Spuat! Spuat! Das ist ganz cool, na, ne? Im Harter? Ich muss euch vorstellen, man hat eine Sonnenbrille und eine Lederjacke. Daneben. Ich brauche mich, wie sie diese Bienen, die diese Granaten reinbekommen sind. Hintern auf! Rein noch mit. Schon um die Vorstellung. Irgendwie weh. Hier muss ich nämlich hin. Auch der Balloon verraten. Ja, schon fast alle Bananen fährt. Soll es hier reingehen? Oh! Jetzt sind wir hier. Jetzt fahren sich viele. Wie komm ich denn hier rein? Oh! Oh! High voltage! Dabei ist hier gar nicht. Kein einziges Kabel zu sehen. Keiner. Und... Bananas. Äh! Nimm sie doch! Bananen! 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 Nein! Fährt also noch 15. Und das ist noch Geld. Und jetzt werden die Produktion angekurbelt. Und auf geht's. Alles ist klar. Ja. Checking. Checking. Sporting. Online. Auto-Product. Und los geht's meine lieben Leute. Hier oben hat es übelst viele Bahnen. Deswegen kommt man hier auch erst gar nicht hoch. Weil hier müssen wir dann nicht hoch. Mit allen anderen. Hier drin. Hier kriegt jeder noch ein paar Bananen. Die ihm noch fehlen. Hier wo. Hier jetzt rein. Ich habe aber freundlich von ihnen. Ich muss jetzt sagen wir sind hier. Kommen wir besser voran als in anderen Levels. So. Jetzt würde ich mal sagen. Schnappen wir uns mal den Dicken. Den neuen den wir haben. Bop. Will ich es schon hin? Ja ja. Gehen wir aus dem Weg. Können wir uns schon Sachen kaufen für ihn. Das ist eben praktisch. Dann holen wir uns mal den Primaten. Punch. Lass uns Sachen wegboxen. Khavik-Fehler. Ich bin so am besten empfehlen. Wer das macht wenn das noch bisschen euer включert. Keiner. Jetzt violation meine Stimme. Ja ja ja. Ein Frank wird rein müssen. Was habe ich für Arme und Beine. Jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen, springe hinein und sei nicht überrascht, wie du die größte wechselst, achte bei mir aber auf den Vorrat an Kristallkokosnuss. Gibt's noch was? Jawohl, gibt's sogar noch mehr. Rein damit. Prima Unlatsch. Kraftlos duplexes. Du kleine Hirn lässt doch gerne die Fäuste sprechen. Das hier dürfte also perfekt zu dir passen. Z getrückt und B, um zu vermögen, was dir in die Quere kommt. Sonst raus hier. Jetzt kann man nämlich das. Das hier. Mit dem Grafikfehler, der ist inbegriffen. Hei, hei, hei. so, bock und Edward war auch schon wieder hier Edward, was machst du denn? Fremden spielen Waaaah Waaaaaaa Fegel Du sollst nicht den Schal da bespringen, du sollst ihn aufhören, dass das funktionieren tut. Die blöden Wespenringen schon. Und die erste Banane! Blanky fällt mir nur noch eine Banane. Da müssen wir nie mehr wieder hier rein. Also wer Architekt hier gewesen ist, der hat hier gepfuscht. Ähm, ich kann ja den Porter 1 benutzen jetzt. Oh! Weil er ist jetzt mal so ein Gitter war. Und was für ihn ist. Ich glaube nicht, dass es hier war. Ah ja, ist schon noch ein Thema, das ich mit euch ansprechen will. Guckt jetzt mal euch den Hintern von Junkiecom an. Der ist doch beharrt. Jetzt, wenn man nach vorne schaut, ist hier nackig. Jetzt sagen viele, habe ich zuerst immer gedacht, es sei eine Unterhose. Bis mir mal aufgefallen ist, dass der Intimbeharrung nicht mehr vorhanden hat. Oder fand nicht. Das heißt, Apple treibt intensiv. Intensiv, ja. Intimrasur. Ja. Sollte ich einfach mal gesagt haben, dass ich es auch gesehen habe. Das habe ich auch noch nicht. Sollte ich nicht. Äh, halt dich mal fest. Sieht doch, wir sind auf die falsche Seite gegangen. Ich sehe nichts. Null. Ich sehe nichts. Null. Ganz viele TinyComp. Ist der denn mir gehört? Hey, der Rexer. Der gewalttätige Würfel. Der gewalttätige Würfel. Der gewalttätige Würfel. Der gewalttätige Würfel. Das ist echt schwer. Ich glaube, dass der Stick hier mal vernünftig ist. Da muss ich auch noch irgendwie ran kommen. Ah, hier kommt man so ran. Wo ist eigentlich das Tauschfass? War das nicht hier oben? Ich wage es zu bezweifeln. Wie viel habe ich denn eigentlich an Geld? Ich sehe, es soll bereichen. Jetzt hoffe ich mal, dass der Emulator... Ich noch mal... Es würde mich echt an... Ich muss sich wieder aufhängen, ne? Deswegen mache ich jetzt hier einen Save. Das. Falls, dass ich hier wieder abgestrahlen. Okay. Okay. Ja, es ist sehr fehl. Jawoll. Das Vorder sieht zwar genau gleich aus, aber es sieht besser aus. Das pigmentiert ist noch ein bisschen mehr pigmentiert. Oho. Oho. Rein da. Jajaja. Wie eine Gnade. Er passt sich mal ins Bild rein, Junkie, weil er so groß ist. Jaja. Ich habe er den... Tch. Entschuldigung. Den... Ananasatomisator. Und jetzt haben wir hier ganz viele Bananas für den kleinen Gewalttätigen Würfel! Gewalttätige Würfel! Ok, ich lebe noch! Ok, hier hoch! Ist da draußen der Weltraum oder der Himmel? Man weiß es nicht! Willkommen zu der Bonus-Day! Willkommen zu der Bonus-Day! Oh, das hat gelackt! Segenweichen! Oh! 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 Mann! Oh! 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 Ich stell mich wieder zu blöd an! Oh! 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 wenn ich sonst das habe ich noch geschafft man bin ich schlecht ich habe gedacht ich habe hier bananen der gewalttätige würfel ich habe geläubelt ich muss sie trotzdem schnell schnitt machen und dann sehen wir uns im nächsten bord